so liebe leute ich begrüße euch zurück hier beim map attack zusammen mit dem logo servus ja heute flip wallride heißt die map ist vom flusel 42 also flusel unterstrich 42 und es gibt ein wallride und andere überraschung wir sollen zwei runden fahren aber sind von map attack eine runde eine bewertung und damit starten wir das ganze ok du hast den vortritt du darfst gerne als erster ja weil ich kenne mich voll bobo ich bin nämlich schon wieder abgestürzt ich hab den flip nicht geschafft ich war zu langsam ach da ist ein flip direkt verbaut da ist nach dem wallride ist da ein flip verbaut ok der zeigte bei mir nach unten so mehr speed ok ist ein bisschen tricky ja ich spring mal drüber habe ich mir so gedacht hast du den flip geschafft ne was ein assi also die map kriegt auf jeden fall schon mal kein einfach von mir vor allem wenn du es geschafft hast sehr langsam fahren punkt unten am boden ja jetzt hast du mich mal raus gehämmert auf jeden fall und 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 Da muss ja richtig Speed haben. Ja, also es kriegt auf jeden Fall schon mal den Faktor schwierig. Oder schwer. Okay, ich habe den Flip nicht voll genommen. Ich habe den nächsten Punkt. Alter Schwede. Ich habe den Flip nur halb mitgenommen. Oh, was ein Asi. Was ein Asi. Alter Schwede. Nein. Nein. Ah, den konnte ich nochmal retten. Okay. Ja, ja. Ich habe einen Punkt. Oh, 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 oh. Nicht so weit oben fliegen. Du hast zweimal Quersteher. Also zweimal Walvoid in der Spirale. Und oben dann nicht so weit. Einen kurzen Jump. Ja, ich leider nicht. Bin das eine mal abgerutscht. Oh. Äh, Looping. Ich weiß noch nicht, ob Fullspeed. Aber mittig. Mittig, okay. Ja. Und Fullspeed. Alles klar. Äh, oder? Ah, ja. Oh, wo lande ich? Bitte nicht im Pool. Ich lande genau im Pool. Jetzt auf Video. Das ist so geil. Alter, ja, ich darf den Looping nochmal fahren. Ich komme nicht raus. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ja, langsam. Komm schon. Äh, wenn du den Looping runterfährst, quasi. Oh, ich habe es. Er quillt sich aus der Hauseinfahrt. Also, den Looping langsam runterfahren. Ja, er nietet erst mal die Leute um. Loll, ich ins Gegenverkehr. Alter, wie fahre ich? Aber mit dem T20 Aufwürde ist nicht so Premium. Nein? Das mag ich nicht. Alter, wo ist der Punkt? Ja, das ist der Punkt. Ja. Ja, alles klar Wenn das die Überraschungen sind, dann Ja Dann sind die irgendwie nicht so nice Ja Alter Wo muss ich lang? Jawohl Da ist der Punkt, da ist Bene Ja, und dann war das Ziel Ja, ich bin reingekommen Wie, was? Ich bin irgendwie reingekommen Ich bin unter die Plattform geflogen und dann bin ich reingekommen Ja, ich nehme sie jetzt Oh Mit Stil ins Ziel Okay Sehr schön Okay, Daumen nach oben würde ich auch schon mal sagen Definitiv Daumen nach oben, also keine Frage Und Fangen wir einfach mal hinten Bei der Bewertung an Spaß Faktor Spaß Ich fand's cool Also es hat Spaß gemacht, fand ich Würde ich sagen Ich fand den Offroad Aufroad Ja Na Zwo Oder? Ich würde sagen Zwo Alles klar Der Offroad Teil war mir Zu lang Ich gebe nur eine Drei Ohne den Offroad Teil Ohne den Offroad Teil Zwei Okay Ja Schwierigkeit hatten wir uns ja schon drauf geeinigt Also es ist definitiv schwer Also der Flip, ne? Ja Ja, Smooth Fight Also Ich fand's eigentlich gut gebaut Muss ich sagen Sie war echt gut gebaut Also wenn der Flip gegriffen hat Dann hat er gegriffen Ja Also von mir Gibt's eins Ich gebe nur eine Zwei Okay Weil der Abgang hintenrum Durch den Looping Der hat mir auch nicht ganz so Der war etwas Ja, okay Doof Ja, Leute Wie auch beim letzten Mal schon gesagt Wenn ihr selber Map-Bauer seid Und ihr wollt einfach mal Dass wer eure Maps testet Immer her damit Machen wir gerne Und ja Wenn ihr nicht der Meinung seid Wie wir Schreibt's in die Kommentare Schreibt generell in die Kommentare Was ihr davon haltet Und ja Schaltet beim nächsten Mal wieder rein Also Bis dahin Tschüüü Tschüss!